Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Tide gesehen habt, werden wir heute den letzten Brawler auf 25 pushen. Dann haben wir theoretisch alle Brawler, die es im Brawl Stars bisher gibt, auf 25. Und mal schauen, ob wir es jetzt schaffen werden oder nicht. Und ja, 10 von 10, perfekt. War auch etwas natürlich anstrengend, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir die Runde jetzt auch noch direkt schaffen werden oder nicht. So, oh, dieses Handy von der Ecke, das ist auf jeden Fall sehr, sehr mies. Einfach mein Cube geklaut. Richtig frech, dieses Handy hier. So, ein bisschen Damage geben. Also, ich hoffe, dass ich jetzt selber nicht sterbe. Das wäre traurig, auf jeden Fall. Aber ja, mal schauen. So, oh mein Gott. Ich dachte, ich wäre tot. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig. So, sieben übrige Teams noch. So, wir schauen mal. Ich helfe dir jetzt kurz mit. Ja, ich treffe natürlich gar nichts. Ja. Vielleicht spielen wir kurz ein bisschen defensiv. Und weil, wie gesagt, das ist jetzt meine letzte Runde. Und es wäre schon ein bisschen mies, wenn ich das jetzt verkacken werden würde. Und aus dem Grund bleibe ich kurz ein bisschen gebüscht. Warte ab, bis es ein bisschen eine kleinere Zone gibt. Und dann schauen wir mal weiter. So. Sechs übrige Teams auf jeden Fall. Und diese Woche werden auf jeden Fall viele Videos für euch produziert. Also seid auf jeden Fall darauf vorbereitet. Und ja, so. Fünf übrige Teams noch. Also jetzt machen wir eh schon mal kein Minus mehr. Aber ich glaube, ich brauche noch ungefähr sieben Pokale. Oder sechs. Ich bin mir gerade nicht genau sicher. Aus dem Grund muss ich noch ein bisschen im Bus warten, bis es natürlich niedriger wird. Und ja, mal schauen. So, kommt schon. Tötet euch mal ein bisschen schneller. Oh, El Primo. Ich glaube, der wird auf mich springen. Hoffentlich jetzt nicht. Oh. Bitte nicht auf mich. So. Ja, die kämpfen schon mal kräftig. Das ist auf jeden Fall gut. Für mich. Okay, jetzt wird es ein bisschen knapp. Vier übrige Teams noch. Jetzt muss ich auch ein bisschen gleich angreifen. Ja, komm. Und abgestaubt. Let's go. Plus sieben ungefähr schon mal. Aber ich glaube, das wird jetzt eh nichts mehr mit. Epischer Sieg, oder? Ja. Egal, Leute. Aber let's go, Leute. Wir haben jetzt endlich auch den letzten Brawler auf Rang 25 gepusht. Und gleich zeige ich euch nochmal nach. Beziehungsweise ich zeige es euch kurz nochmal, dass ich alle Brawler auf 25 habe. Endlich auf jeden Fall. So. Hier sehen wir nochmal alle auf Rang 25. Wie lange es auf jeden Fall gedauert hat, weiß ich jetzt nicht. Aber es war echt mega lang. So. Wir starten jetzt nochmal kurz noch eine andere Runde. Falls es doch zu kurz sein sollte. Weil viele ja in den Kommentaren gemeint haben, dass meine Videos etwas kurz sind. Aus dem Grund habe ich jetzt nochmal extra Gameplays reingehauen, dass das Video nicht so kurz ist. Und ja. Mal schauen, ob wir die Runde auch noch gewinnen oder nicht. So. Auf jeden Fall muckt die uns sehr, sehr stark an. Oh Gott. Spike ist auch nicht der beste Gegner. Nein, wir werden gesandwiched. Bitte nicht. So. Ich versuche jetzt kurz nochmal davon zu kommen. Aber mal schauen. Auf jeden Fall. So. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht direkt fünfter Platz werden. Das wäre natürlich sehr, sehr mies. Come on. Hol ihn dir. Nein. Ich will nicht sterben. 584 HP. Bitte Poco sehe mich nicht. Ja. Okay. Gut. So. So. Jetzt kommen wir ein bisschen raus. Nein. Ja. Das Ding ist halt. Wir sind gerade mega, mega im Sandwich. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Komm schon. Bitte hilf mir. Nein. Bitte. Komm schon. Let's go. Aber ich weiß immer noch nicht, ob wir es jetzt schaffen werden oder nicht. Komm schon, Teammate. So. Jetzt müssen wir schön auf den Bo gehen. Und. Yes. Schon mal kein Minus. Sehr, sehr nice. Also, dass wir so weit gekommen sind bisher, dass wir nicht, dass wir nicht vierter Platz geworden sind oder fünfter ist schon krass. So. Schön in den Büschen reinschießen. Man weiß ja nie, wer wo drinnen hockt. Come on. Come on. So. Wir wollen natürlich auch noch Plus machen. Okay. Ich misch mich mal ein bisschen nicht ein. Und lasse die jetzt ein bisschen kämpfen. Ich versuche mit denen ein bisschen zu teamen. Aber, ja. Ich glaube, das hilft jetzt eh nichts mehr. Okay. Die werden gesandwiched. Ich helfe denen auch noch. Come on. Let's go, Leute. Showdown. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht mehr mit epischer Sieg. Aber wir haben endlich auch ein bisschen Plus gemacht. Und alle Brawler auf 25. Wartet, oder seid noch gespannt auf die nächsten Folgen. Und, ja. So. Plus 7 auf jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf den Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal. Und schaut meinen Club. Und man sieht sich, beziehungsweise hört sich im nächsten Video.